ja das ist nicht gut pusht ihr oh god oh my god ich glaube er ist hinten raus ja da ist er oh der hat natürlich direkt das 8 da hier nein 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 jetzt kommt danke dass ich legge dankeschön ach man dieses game ist nicht gerade ausgereift muss man sagen ja dann lass mal keine ahnung ey was hatte er denn er hatte auch ein buggy ne hier oben nehme ich einfach den das gibt es ja nicht genau jetzt kommt einer gerade wo ich losfahren will und ein boot fährt hier auch irgendwo mama mia was denn jetzt hier los hört ja gar nicht mehr auf mit den leuten das 8 v wollte ich nur hier irgendwie verstecken wo kommen denn die alle her jetzt geht es rund da oben kommt sogar noch jemand da kann wir pushen den ich glaube er hat den außerhalb der zone gekillt mit einem headshot okay da hinten läuft auch einer dreierweste äh dreierhelm kann ich noch nicht viel machen ich werde mich mal voll boosten und vor pushen du 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 dankeschön nochmal lux hey und maniacs grüße ich auch hier ist keine deckung gerade den job könnte man sich eigentlich noch mal mitnehmen wenn da eine dreierweste drin ist dann würde ich die nehmen und eine awm ansonsten m2 für 9 wäre schnell zu equipen der unten läuft auch weiter ok dreierweste wäre schön ich die noch irgendwie kriegen könnte jetzt ja ok mehr brauchen wir nicht vielleicht einmal noch 30 schuss so für meine car zur not ich weiß jetzt gerade nicht wieviel schuss ich schon dabei hatte hm das ist ein sehr offenes gebiet hier gerade nicht so schön und in den büschen kann man sich in dem game auch nicht mehr verstecken das ist gerade das so das problem was ich hier habe ich kann nur noch übers feld rennen und mir diesen einen stein dann nehmen der da mitten auf dem feld ist gottes willen ey ja muss ich jetzt machen weil hinten häuser die bäume sind da zu dünn na dann der vorne hat eine m249 oh hat sogar einen gekillt gerade cooler typ Scheidämpfer Scar mhm mhm der schießt glaube ich auch aus seiner hütte raus hier hinten ne wenn ich jetzt schon irgendwie den hügel da hinten einnehmen könnte mit dem stein hoffen na da weiß schon einer dass ich da bin nein kaum einer headshot er riskiert es doch ey ich kann mich nicht nur auf den konzentrieren eigentlich gerade aber ich will es unbedingt wissen ach Gott ist keine gute pose hier gerade keine gute pose hier gerade zwei Leute noch einer bei dem Haus und einer wahrscheinlich irgendwo hier hinten noch bei mir ne denke ich mal die bomben immer noch rum oder ist hier einfach alles clean kann ich mir auch nicht so ganz vorstellen wobei wenn die alle die häuser haben ne häuser sind ja safe mal schön warten noch ich hoffe die kriegen die zone nicht auch nicht kriegen wir jetzt ne streamer zone ja wobei es geht ja ok hier hinter mir scheint clean zu sein ahja die sind hier drin ok also beide sind hier dann kann ich die hier richtig gut abfangen glaube ich wenn ich glück habe gibt es hier noch eine bessere pose eigentlich die die wand hier ja die sollte ich lieber nehmen da sind nicht so kleine so ganz viele kleine löcher drin bombe mähen so so der muss ja jetzt nur noch hinter dem hauser sein ne theoretisch ich habe ein dreier helm dreier weste er ist ins haus rein er weiß nicht wo ich bin dann nice ey was eine schöne warm up runde cool gut runter gespielt gds leute 14 kids kann man doch einfach mal machen hier die jung die 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 sind